Musik Tritt ein! Tritt ein! Sogar ein Kopfgeld wurde auf ihn erhoben. Euer Name ist durch ihn in Verruf geraten. Selbst die Bettler lachen über uns. Mein Name. Mein ehrlicher Name. Dein Kummer wird wachsen mit Kahn. Doch, vergiss nicht dies. Er hat mich zum 80-jährigen Mann gemacht. Bedenkt, dass auch er es gewesen ist, der euch verlassen, ausgeraubt und beleidigt hat. Jetzt wird er sein, der euch ermordet. Seht ihr nicht, wie eure Sorgen euch besiegen? Oh, wie wahr! Doch, hört dies. Wie viele sind durch Leiden schon gebessert worden. Er wird durch euren Verstoß zu einem besseren Mensch und er wird zurückkehren. So will ich ihn auf der Stille schreiben. Noch ein Wort, Vater. Ihr würdet ihm das Herz zerspalten. Lasst mich schreiben, auf dass er auf dem Brief nicht verzweifle. Warum liegt das Stroh? Was? Ever. Wo? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020